Ich bin Katharina vom Betonboot-Team von der Fakultät Bauingenieurwesen und wir bauen ein Betonboot, das schwimmt und mit dem wir dann an einer Betonboot-Ratter teilen. Mein Name ist Marco Steinhauser, ich bin Bauingenieur für die Flügeltechnik. Bei uns trainieren die Studenten mit einem Virtual Reality-System das Schweißen, um dann nachher an einem echten Bauteil ihr Wissen dann festigen zu können. An der Fakultät Design haben wir uns mit Augmented Reality beschäftigt. Wir haben den gesunden Tisch augmentiert und in verschiedenen Szenarien dargestellt, wie man in der heutigen Zeit Gespräche durch technische Mittel verbessern kann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.